hallo und herzlich willkommen zurück zu genshin impact wir müssen uns jetzt mit venti treffen und das würde ich sagen machen wir doch gleich mal wir teleportieren uns hierhin und dann müssen wir doch schon gleich da sein machen wir ein bisschen mit der story weiter erstmal kann ich mich jedoch bestimmt wieder heilen ja da wurde ich geheilt und ein bisschen was spenden kann ich doch auch noch immer schön alles opfern jawohl drei stück fehlen noch fünf für die nächste stufe so da ist der gute venti was hast du denn zu sagen ich würde gerne mehr über den animo auch schon erfahren jemand hat uns von der vergangenheit des drachen erzählt okay ja das hier so oben lang schwebt muss ich das halt ein bisschen mit fische bearbeiten und jetzt mit der vergangenheit des drachen blieben Das war nicht so. Der Abgrundmagier von diesem Namen habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, wo sie kommen, aber ich weiß, dass sie tief in der menschlichen Welt halten. Viele Hilly-Trolls aus der Wilde nehmen von ihnen und reagieren als ihre Weapons. Bevor ich hierher war, war ich auch wie Dvalin, cursed und verlassen. Aber jetzt, vor uns steht der Symbol von Mondstadt's Hero, der Ort aus dem Mondstadt kam. Die Wind amongst die Branchen ist gut. Ich liebe die Art, wie es schmeckt. Hier mit dir, unter diesem großartigen Baum, fühlt sich wie wenn die Teile wurde puriert. Wie die Poison ist mein Körper verlassen. Das fühlt sich viel besser. Also, wie genau hast du getötet? Das wäre, weil ich versucht, mit Dvalin zu kommunizieren. Ich habe nicht mehr geblieben, aber es wurde verabschiedet. Oops. Als Ergebnis habe ich nicht nur nicht, um Dvalin zu helfen und seine Kürze zu verabschieden, aber insofern war ich auch selbst verabschiedet. Oh, das ähm, ja. Also ab zur Kathedrale mit Venti. Wollen wir noch mal kurz vollheilen. So. Wollen wir doch mal da hin. Mal schauen, was uns dort erwartet. Mal schauen, was ich? So, das Heilige Geist der Himmel ist? Eine der größten Erdbeeren in Mondstadt. Das ist der Geist der Barbeer, die die Barbeer gespielt hat. Mit dem, vielleicht kann ich Dvalin helfen, seine gentliche Natur zurück aus dem Erdbeeren, der er durchfühlt. Das wird wirklich stopt die Stormcare von mehr Schmerzen zu verabschieden? Natürlich. Ich bin der beste Bard in der Welt. Ich weiß nicht, ob es von der Vergangenheit ist, der Vergangenheit oder der Zukunft. Schau mir in die Augen. Findest du mich nicht vertrauen? Hm. Nein, wen ich vertrauen kann sicher nicht schaden. So, wie können wir den Heiligen Geist bekommen? Es ist gesagt, dass es tief in der Kathedrale in der Kathedrale ist. Somewhere sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Natürlich möchte ich mitkommen. Natürlich möchte ich mitkommen. Wo auch immer die Verstecktes, wir finden sie. Ich sollte das an den König von Favonius informieren. Warum hast du mir gehört? Weil du, liebe Frau, kannst du helfen! Ich würde mich über die Heilige Lüge verwenden. Ich werde mit ihm helfen, Sturm-Terror zu helfen. Bitte sehen Sie sich selbst aus. Was? Es ist ein Dramatisch, aber wenn die Großmutter die Erinnerung macht, nichts kann in der Nacht sein. Das ist einfach nicht akzeptabel. Würde Sturm-Terror nicht so getötet werden? Diese Böse blösen Geist hat die Wind. Nichts auch der God of Animo selbst würde es vergleichen. Bitte, ich bitte Sie! Ich glaube nicht, Little Bard. Strange. Somehow ich fühle mich so schlecht, das süß Kind zu retten. Dann... Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich kann nicht mehr erheben. Meine Diszipläne, erheben! Erheben! Der God von Animo, Barbados, hat geschehen! Schockt, nicht wahr? Wollt ihr nicht einfach, zu kreieren und erheben? Wie fühlt es sich, endlich den God, den du gebeten hast? Wenn es nichts anderes gibt, werde ich jetzt zurückgehen, um das Kathedral-Papierwerk zu behandeln. Einfach komplett unbeeindruckt. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich ihm glauben soll oder nicht. W-Wait! Könnte er wirklich der Gott sein, oder ergibt er sich nur als der Gott aus? Okay, probieren wir mal unser Glück mit Gatlynda. Ich bin Ehrenritter Schmedderling. Ja, der Ritterorden braucht die Leier der Himmel. Ist das so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Liar as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Liar. Currently, it's only used in Ludiharpastum. Signed documents from the Grandmaster, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A sign document is required. Without it, there is not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Und nu? Benty, was machen wir jetzt? It didn't work. I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet, here we are. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Today we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it? Hmm. Also, steal it, son, please. Come now, speak up. That's what free will is for. Ehrlich gesagt will ich gar nix steal. Haha, look at you. Side tracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to write the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? The things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off-duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Ah, yes. It seems like I did mention that. Your point being. Why does your decision hinge upon whether or not I'm a god? Hyman will fill you in on her background story when we get the time. Huh? I will bring you the sky. I will bring you the sky. I will bring you the sky. Okay. You are on the stairs... I will bring you the sky. You are going to the sky. ist. So, es ist nachts. Rein. Jetzt stehlen wir der Himmel. Ich hätte einfach den Keller betreten sollen. Okay, gut zu wissen. Okay, jetzt schleichen wir uns also hier lang. Ich hoffe, der dreht sich nicht um, doch tut er. Kann ich hier klettern? Ich kann ja nicht klettern. Okay, Moment, mit dem Linksklick kann ich gerade nichts schleichen. Oh, so heule ich mich. Okay, gut. Metal Gear Solid Sneaky Modus aktiviert. Schleichen wir uns also durch. Oh, 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 oh. Was ist er jetzt wirklich hier? Assassin's Creed. Geschafft! Geschafft! Wer bist du? Sie hat geschehen! Halt! Was machst du hier? Oh nein, weg! Wir sind geschehen! Oh, Gott! Hallo, mir ist auch gut, äh, leichter gesagt als getan. Das wollte ich sagen. Okay, das war's. Das war's. So, wasser Deeluke? Das war's. Das war's. Das stimmt. Hey, schau an sie. Es ist etwas strange über diese Barde. Ich werde mich fragen. Wer genau fragt? Die Protektoren von Mondstadt. Was ist passiert? Warum hast du so viele Gäste mobilisiert? Hast du nicht gehört, Master Deluk? Die zwei Gäste versuchen zu holen den Holy Liar. Huh? Wie strange. Ist das nicht? Der Holy Liar ist ein Schraub, der sich von den Gästen des Animals zu spielen. Es ist ein sehr wertvolles Stück von Kultur. Warum würde man wollen etwas holen, das sie nicht verlassen können? Was kostet besser, um mich von meinen Verkaufern zu holen? Huh? Entschuldigung, aus dem Thema. Ich glaube, dass sie da gehen. Entstanden. Danke, Master Deluk. Oh nein, hat er gar nicht. Ich dachte, der Herr hat gesagt, die sind nach oben. Aber er hat einfach die wieder weggeschickt. Gut gemacht, Deluk. Ein Glas von... Du kannst auf die Bottel, die du von hinter dem Schraub hast. Ein bisschen frisch. Genau. Ich will Antworten. Ja, bist du. Ja, bist du. Wir kennen uns nicht lange. Und auf die Fatui? Wirk und konservativ. Lass es. Ich fühle mich nicht darüber. Es scheint, dass du wirklich nicht die Nights of Favonius magst. Es ist einfach nur die Unterschiede und die Nights of Favonius. Ich habe meine eigenen Hoffnungen für diese Stadt. Jetzt, Antwort. Warum hast du den Heiligen Lüge? Du bist sicher, du willst wissen? Es könnte dich in den Affaires der Nights of Favonius sein. Das ist gut. Ich bin immer noch immer in der Affaires der Nights of Favonius. Wenn ich dir die Geschichte mit einer Performance erzähle, wirst du mir glauben? Es ist wichtig. Ich mache meine eigene Begründung. Dann werde ich bezahlt? Deine Rewarden wird zwischen 5 Mora und dem Holy Liar geschehen. Das alles betrifft auf deine Geschichte. Sehr gut. Lass mich auf eine Show. Was habe ich gerade gesehen? Das ist eine konkurrenten Information. Warum? Hm, vielleicht die Wind sind geändert. Was sagst du, Master Deluk? Interessant. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the Knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. What? Safe? As for the Bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. Haha, no problem. I like taverns. Hm. Okay. Let's meet here tonight, after the tavern closes. Gut. Verlasse die Tavern. Gut. Verlasse die Tavern. Verlasse die Tavern. bis die Tavern geschlossen hat, zwischen 0 und 6 Uhr nachts. Okay. Aber das machen wir nicht mehr heute, sondern in einer anderen Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye! ... Wenn ich ihn zurückkomme, ich werde nicht mehr schlafen. Ich werde nicht mehr schlafen, aber ich werde nicht mehr schlafen.